Hi, hier ist der Chris von Kettlebeerobot. Ich habe wieder eine tolle Workout-Inspiration für euch. Das Ganze geht 15 Minuten. Ihr braucht einen Timer, der jede Minute für 15 Minuten piepst. Ihr fangt an mit Launch, Single-Leg-Deadlift-Cross-Fall-Kombo. Sieht folgendermaßen aus. Ihr macht einen Austauschschritt nach hinten. Cross-Fall unten, Cross-Fall oben. Single-Leg-Deadlift, Cross-Fall unten, Cross-Fall oben. Das auf dem linken Bein für eine Minute, dann auf dem rechten Bein für eine Minute und dann macht ihr Rocking-Push-Ups für eine Minute. Somit habt ihr 15 Minuten ein tolles Ganzkörper-Workout. Viel Spaß!